Die Zusammenarbeit mit TTS in drei Worten, freundlich, hilfsbereit, kompetent. Das Projekt, das wir gemeinsam mit der TTS umgesetzt haben, ist der Rollout von unserem neuen Transportmanagement-System für die Luft- und Seefracht. Und ja, im Rahmen dieses Rollouts haben wir dann gleichzeitig den Endnutzerinnen auch noch den Quick Access mitgegeben. Wir haben uns für die TTS Performance Suite entschieden, weil die Besonderheit, besonders beim Quick Access, ist, dass den Usern genau die Inhalte angezeigt werden, die sie brauchen, weil der Quick Access ja weiß, wo man sich im System befindet. Und das ist halt der Unterschied zu allen anderen Lernsystemen, die wir sonst zur Hand hatten. Seit wir die TTS Performance Suite im Einsatz haben, haben wir weniger Rückfragen an unsere Trainer und Trainerinnen vor Ort, die für den Rollout unserer Software zuständig sind. Der größte Benefit, den wir durch die TTS Performance Suite haben, ist, würde ich sagen, wirklich während der Nutzung der neuen Software hat der Nutzer oder die Nutzerin direkt die Hilfe daneben. Und das ist das Schöne am Quick Access. Ich würde bei Hellmann nicht auf die TTS Performance Suite verzichten wollen, weil es Hilfe genau in dem Moment, wo der Nutzer oder die Nutzerin eine Frage hat, bietet. Also ich arbeite im System, ich muss zum Beispiel eine Sendung erfassen und dann wird mir die Hilfe direkt dazu angezeigt. Ich muss nicht eine andere Website öffnen oder irgendeinen PDF durchsuchen, sondern es ist gleich da. Ich muss nicht eine andere Website öffnen, sondern es ist gleich da.